Mein Name ist René Gurker und ich bin Geschäftsführer des Startups BigRap. Hier in einem ehemaligen Industriegebäude wurden früher schon einmal Maschinen produziert und heute bauen wir am selben Ort wieder eine Maschine. Der BigRap One ist der größte serienmäßig hergestellte 3D-Drucker der Welt. Er hat ein Volumen von über einem Kubikmeter und kann Produkte, Modelle und Prototypen in Originalgröße drucken. Außerdem ist er enorm günstig und effizient. Einmalig ist auch unser Team, so einmalig wie Berlin und genauso international. Junge Talente aus zehn Nationen arbeiten bei BigRap. Maschinenbauer, Mechatroniker, Softwareentwickler, Industriedesigner und Vertriebsspezialisten sind dabei. Wir sind jetzt etwas mehr als ein Jahr am Markt und zu unseren Kunden gehören Architekten, Designer und Künstler aus der ganzen Welt. Aber auch klassische Industrieunternehmen und Hochschulen. In nur zwölf Monaten haben wir die Umsatzschallmauer von einer Million Euro durchbrochen. Und unser BigRap One ist für den German Design Award nominiert. Unsere Vision ist es, die Welt durch 3D-Druck von Grund auf zu verändern. Und wo geht das besser als in Berlin-Kreuzberg? Dass BigRap in Berlin gegründet wurde, ist kein Zufall. Hier kommt das Beste aus zwei Welten zusammen. Eine junge kreative Szene trifft auf innovative Big Player der traditionellen Industrie. Diese Mischung ist einmalig und hat viel Potenzial. Deswegen wird Berlin auch immer unser Standort bleiben. Heute, morgen als Stadt der Chancen. Musik 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 Musik